Jürgen Raps, Flugkapitän. Im Mai letzten Jahres wurde er durch diese Bilder berühmt. Er flog die erste deutsche A380 nach Frankfurt. Ich taufe dich auf den Namen Frankfurt am Main. Jürgen Raps, seine Karriere ist einzigartig. Er durfte als erster Westdeutscher im Osten landen. Er flog die erste Frachtmaschine, eine DC-10 und er steuerte die erste Boeing 737 in den 70ern. Im Cockpit damals alles Handarbeit. Heute steuert er den größten Flieger der Welt, die A380. Jetzt muss er aufhören. Wir treffen den Kapitän vor seinem letzten Start in Frankfurt. Noch fühle ich mich sehr gut, hervorragend. Habe auch heute Nacht, wieder erwarten, gut geschlafen. Bin bestens ausgeruht und vielleicht ändert sich das noch während des Fluges oder in San Francisco. Spätestens auf dem Rückflug wird das Ganze vielleicht doch ein bisschen emotionaler werden. Putzen und Laden. Fracht und Gepäck von 527 Passagieren. Stress am Terminal 1. Jürgen Raps macht Druck. Er mag keine Verspätung. Er wäre noch schöner auf meinem letzten Start in Frankfurt hier. An Bord auch seine Familie. Tochter Irina ist erst zweimal mit ihrem Vater geflogen. Also es ist natürlich schon ein tolles Gefühl. Auf jeden Fall macht mich das schon stolz. Auch gerade heute, am heutigen Tag, an seinem letzten Flug oder vorletzten Flug, sage ich mal so. Ich bin froh, dass er sich freinehmen konnte, dass er mitfliegen kann auf meinem letzten Flug. Ist ja nicht selbstverständlich, dass es die Arbeit erlaubt und die Beschäftigung erlaubt. Aber insofern hat es geklappt und da bin ich schon sehr glücklich darüber. Ehefrau Bettina weiß, wie es ihrem Mann heute geht. Außen stark, innen weich. Ich glaube, da werden schon ein paar Tränen fließen an der letzten Tour. Turbinen an, ready for take-off. Ein letzter Gruß an die Frankfurter Kollegen. Sein letztes Ziel als Pilot durfte er sich aussuchen. Es geht nach San Francisco. Er liebt diese Stadt. So, bis hierher ging schon mal alles gut. Elf Stunden Flug. Klar, dass er eine lange Strecke wählt. Beim letzten Mal. Der Tower grüßt. Ich war als Standberg. Ich bin jetzt vor Teilholt. Ich wünsche dir das sehr angenehme. Herzlichen Dank und beautiful take-off in your ride. Bye-bye Frankfurt. Von hier ist Jürgen Raps hunderte Mal gestartet und gelandet. Das war's. Auch Freunde und Kollegen sind dabei. Aufgeregt? Ja, natürlich ist es sehr emotional, wenn man fast 40 Jahre fliegt. Bei mir waren es über 39 Jahre. Und das ist schon ergreifend. Vor allen Dingen, weil die allermeisten von uns, und ich ganz speziell, den Beruf natürlich immer gern und leidenschaftlich ausgeübt haben. Zurück im Cockpit. Wie war der letzte Start in Frankfurt? Das war schon ein leicht merkwürdiges Gefühl, um ehrlich zu sein. Am besten ist, man verdrängt sowas, damit man seine normale Performance bringen kann, seine normale Leistung und nicht in irgendwelche, beim Start in Frankfurt, nicht in irgendwelche Sentimentalitäten verfällt. Seinen letzten Flug hat auch Pörser Peter Jakobus. Ein guter Freund des Kapitäns. Er ist traurig. Ich denke, wenn man 35 Jahre eine Arbeit gemacht hat, die richtig Spaß gemacht hat, dann kann man auch traurig sein. Besser als umgekehrt. Ein Arbeitsleben lang eine Arbeit machen, die keinen Spaß macht und nur darauf warten, dass man endlich aufhören kann. Mit 60 ist Schluss in der Fliegerei. Auch für Peter Jakobus. Viel hat er erlebt. Schauspieler, die ihm Autogramme aufdrängten, Geburten, Trauerfälle. Aber das Größte für ihn war es, an der Entwicklung des Riesenfliegers A380 mitzuarbeiten. Als wir das erste Mal abgehoben sind und es saßen 476 Airbus-Angestellte, die auf dem allerersten Flug von Passagiere waren und alle haben geklatscht, da kamen die Tränen. Kollegen haben den Kapitän abgelöst. Es gibt Kuchen, gebacken von der Crew für angehende Rentner. Ihre Familien kennen sich seit 35 Jahren. Wir fliegen gerne zusammen, wir fahren gerne zusammen Motorrad und feiern gerne zusammen. Zehn Stunden später. Anflug auf San Francisco. Jürgen Raps informiert die Passagiere. Die Anschnallzeichen gehen jetzt an. 41 Jahre war Jürgen Raps Pilot, Mitglied im Vorstand und Chef von 6000 Piloten bei Lufthansa. Jetzt setzt er zum letzten Mal 600 Tonnen auf kalifornischem Boden. Die amerikanische Flughafenfeuerwehr empfängt ihren Ehrengast traditionell mit einem Wasserbogen. Den bekommen nur die ganz Großen zum Abschied. Ankunft am Terminal. In 90 Minuten fliegt die Maschine wieder zurück, aber ohne diese Crew. Sie muss Pause machen. Einen Tag. Auch der Kapitän. Er ist noch ganz gerührt vom Wasserbogen der Feuerwehr. Das war eine Überraschung. Damit habe ich heute nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Und die Überraschung ist gelungen. Wie war das, wie Sie durchgefahren sind? Kam dann doch was von Wehmut vielleicht ein bisschen? Ja, natürlich schon. Weil so ein Wasserbogen ist immer ein typisches Zeichen dafür, dass es jetzt wirklich langsam ernst wird. Soll heißen, noch einen Flug bis zur Rente. Vor dem Flughafen steht schon die erste Überraschung. Ein Geschenk der Kollegen aus San Francisco. Wehe, die Flaschen sind leer, wenn wir da ankommen. Stadtrundfahrt in der Luxuslimousine für ihn und seine Familie. Im Hotel Riesenempfang und das ist erst der Anfang. Übermorgen aber wird es ernst. Dann ist ihr letzter Flug. Sehen Sie morgen bei Main Tower. 527 Passagiere singen für Purser Peter Jakobus. Viele Tränen schon vor dem letzten Start. Pilot Jürgen Raps in einem Hotel in San Francisco. Heute ist sein letzter Flug. Dann muss der 60-Jährige die Mütze an den Nagel hängen. In Rente gehen. Wie geht's? Emotionalisiert. Wie fühlt sich das an? Kann man nicht beschreiben. Muss man erleben. Ja, ist schwer zu beschreiben. Auch Purser Peter Jakobus hat heute seinen letzten Flug. Ein bisschen kribbelt es, ja, je mehr wir drüber reden. Aber wie gesagt, es gibt den professionellen Teil und den emotionalen. Momentan ist noch viel professioneller Teil da. Sehen wir mal, wie der Flug läuft dann. Ach ja, Pilot müsste man sein. Die Stewardessen machen den Abschied nicht leichter. Seine Frau hat's aber erlaubt. Nach der Landung aus Frankfurt hatten sie einen Tag Aufenthalt in San Francisco. Jürgen Raps hat seine Familie und die Crew eingeladen. Zu einer Bootstour vorbei an Alcatraz und der Golden Gate Bridge. Jetzt ist aber Schluss mit lustig. Letzter Gang als Pilot und als Purser. Jürgen Raps verschwindet gleich im Cockpit. Da will er heute so lange wie möglich sitzen. Das war das letzte Mal Koffer packen im Crew-Hotel. Das war das letzte Mal wegfahren mit dem Crew-Bus vom Crew-Hotel. Das war das letzte Mal Security als Crew hier beim Abflug. Wenn man anfängt, sich in diese Szenarien hineinzusteigern, dann ist das sicherlich nicht gut. Was haben Sie heute vor? Was werden Sie alles machen auf Ihrem letzten Flug? Ich glaube, es wurde schon genehmigt. Eine Scenic Departure, eine Sightseeing Departure fliegen. Also nach dem Take-off rechts herum und ziemlich niedrig über die Golden Gate Bridge und Alcatraz vorbei. Das Wetter ist hervorragend. Es müsste heute also wirklich gut klappen. Peter Jakobus bringt Umfassung. Seine letzte Durchsage. Sie soll etwas Besonderes sein. Meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen noch ein bisschen was zu diesem Flug erzählen. Er ist ein besonderer Flug, weil genau morgen vor 41 Jahren unser Kapitän Raps auf der Flugschule in Phoenix seine Karriere begonnen hat. Er hat viele, viele tausend Piloten ausgebildet. Er war Leiter der Flugschule, der Lufthansa-Flugschule in Phoenix. Es ist heute sein letzter Flug und deswegen werden Sie erleben, nach dem Start, das hat sich so ein bisschen eingebürgert, wird er sich mit dem Flugzeug von diesem Flughafen verabschieden. Also wundern Sie sich nicht, wenn die Tragflächen nach dem Start mal nach links und nach rechts kippen. Das ist gewollt und es ist auch sicher, machen Sie sich keine Sorgen. Thank you for listening. Okay, den Rest machen wir dann. Das tat weh. Wir setzen uns jetzt hin. Aber musste sein. Die Flughafenfeuerwehr San Francisco sagt auf Ihre Art, Tschüss, Herr Kapitän. Dann hebt sie ab. Die A380 und Herr Raps winkt mit 550 Tonnen. Tschüss, macht's gut. Der Tiefflug über San Francisco, die Erlaubnis, ein Geschenk der amerikanischen Flugsicherung. Ja, ja, das ist schon ein bisschen emotional. Plötzlich greift Stewardess Helene zum Mikrofon. Oh. Und noch als ganz Special heute ist nicht nur sein letzter Flug, sondern nach deutschen Zeit hat er heute Geburtstag. Wir werden gleich ein Ständchen halten und würden uns freuen, sehr freuen, wenn Sie sich mit einstimmeln und auf seinem letzten Flug noch mit Geburtstag die Stimme geben. Seine Ehrlichkeit und Fairness, das schätzen seine Kollegen an ihm. Auch Deutschlands wohl größte Stewardess, Kim, da ist er hin und weg, der Peter. Von den Tramen nur einen Meter hinter ihm bekommt Captain Raps nichts mit. Er fliegt gedanklich gerade durch 41 Jahre Pilotenleben. Noch sechs Stunden bis zur Landung in Frankfurt. Sehen Sie morgen bei Main Tower. Riesenempfang für Jürgen Raps in Frankfurt. Tränen und Jubel. Jürgen Raps vertieft in Gedanken. In wenigen Stunden ist sie vorbei, seine Karriere als Pilot. Dann landet er zum letzten Mal als Flugkapitän. Die letzten Stunden genießt er, denkt zurück an 41 Jahre Fliegerei. Ich bin ja das erste Mal von meinem Vater mitgenommen worden in der Doh 27, als ich fünf Jahre alt war. Und da habe ich gedacht, das ist ein Beruf, den könntest du später auch mal ausüben. Mit 17 Jahren hat er sich schon bei Lufthansa beworben und wurde prompt abgelehnt. Er solle erst mal Abitur machen, hieß es. 43 Jahre später ist er Chef von 6000 Piloten. Im Mai letzten Jahres wurde er durch diese Bilder berühmt, als er die erste deutsche A380 nach Frankfurt flog und spontan das Fenster öffnete. Also das war Emotion pur. Als wir mit der A380 da in die Halle rein sind und diese hunderte, wenn nicht tausende von Menschen, die da drin waren, das war wirklich Emotion pur, was da abgelaufen ist. Noch fünf Stunden, dann ist alles vorbei. Sonnenuntergänge liebt er am meisten. Seinen letzten in 10.000 Metern Höhe will er in Ruhe genießen. Wir blicken derweil in die Kabine. Im größten Flugzeug der Welt arbeitet wohl Deutschlands längste Stewardess, Kim Cream. Fast 1,90 Meter. Bis 1,92 Meter stellt die Airline ein. Am liebsten arbeitet sie in der Küche, da muss ich mich nicht so oft blücken, sagt sie. Ihr Kopf kennt fast jeden Flugzeugtyp, regelmäßig stößt sie irgendwo an. Also am Anfang bestimmt, pro Flug 10, 15 Mal bestimmt. Und mittlerweile kennt man so die Kniffels, so die Tricks, wie man irgendwie sich so ein bisschen undercover duckt und so und dann funktioniert das ganz gut. Kim ist beliebt, vor allem wenn sie sitzt. Stehend macht sie ihren Kollegen schon mal Probleme. Es gibt Schmerzen im Nacken auf Dauer. Du lübst, du lübst. Richtig in den Rücken geht das Bücken, sagt Kim. Das ist für große Menschen anstrengend. Ich glaube ich 50, 60 Passagiere da vorne. Es ist schon ordentlich. Geht mal nach Hause. Was macht man nicht alles für den Traumjob? Zurück im Cockpit. Hier ist der Traumjob in 50 Minuten zu Ende. 50 Minuten. Weißt du was? Du gehst jetzt jetzt mal was hier. Ich geh mich jetzt mal was hier. Der Co-Pilot fliegt kurz weiter. Langsam geht es schon abwärts. Crew und Passagiere sind klar zur Landung. Herr Raps frisch rasiert, versucht tapfer zu sein, vor allem bei seiner letzten Durchsage. Guten Morgen, sehr verehrte Gäste. Hier spricht Ihr Kapitän. Wir sind inzwischen an der holländischen Küste angekommen. Die verbleibende Flugzeit beträgt noch 35 Minuten. Es wird diesmal eine letzte Landung sein, als aktiver Kapitän. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Treue zu meiner Gesellschaft. Ich wünsche Ihnen alles Gute und würde mich freuen, Sie bald wieder an Bord unserer Chats begrüßen zu dürfen. Das tat weh. Frankfurt Flughafen voraus. Doch diese Landung wird länger als geplant. Die Flugsicherung hat eine Überraschung für Käpt'n Raps. Er darf eine Ehrenrunde fliegen über den Flughafen. Nur 15 Meter über den Boden. Alle anderen Flugzeuge müssen warten. Dieser Moment gehört nur ihm. Noch einmal, winkt er zum Abschied. Mit 550 Tonnen. Noch einmal Schub, noch zwei Kurven über Frankfurt. Dann ist es soweit. Seine letzte Landung. Butterweich setzt er den Giganten auf. Ein Danke von den Passagieren und vom Tower die besten Wünsche. Die Flughafenfeuerwehr begrüßt ihren neuen Rentner. Traditionell mit Wasserbogen. Die letzten Meter bis zum Ruhestand. Überall stehen Mitarbeiter und Grüßen. So, das war's dann. Maschine steht. Kollegen kommen ins Cockpit. Guck mal, was da unten steht. Parking Checklist. Das gehört noch dazu. Der Co-Pilot überwältigt von den Gefühlen, verliert seine Stimme. Parking back. Ist auch auf? Parking Checklist. Dankeschön. Alter. Robert, danke dir. Oh Mann. Auf dem Vorfeld wartet bereits die nächste Überraschung. Kollegen schenken dem Ex-Chefpiloten eine Ehrenrunde mit dem Motorrad. Dort, wo sonst nur Flugzeuge rollen, darf er einmal quer über den ganzen Flughafen. Heute wird gefeiert, dann möchte er mit Freunden eine Motorradtour machen und im Herbst mit der Ausbildung zum Hubschrauberpiloten beginnen. Ganz kann er es dann doch nicht lassen. Na dann, schönen Unruhestand herabs. Das ist ein, schönen Unruhestand. 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 Untertitelung des ZDF, 2020